Das da ist der Hyundai Ioniq 6, eine Elektrolimousine aus Korea, wie Tesla das fürchten lernen soll. eFahrer.com zeigt euch drei Highlights. Erstes Highlight ist die Form des Ioniq 6. Der Ioniq 6 ist wirklich windschlüpfrig und damit sparsam und wirklich stark auf der Langstrecke. Zweites Highlight sind die Matrixleuchten im Pixeldesign. Die sehen nicht nur schick aus, sondern ermöglichen bei Nacht auch wirklich gute Sicht. Das dritte Highlight sieht man dem Ioniq 6 wirklich nicht an. Und das ist ein geringer Preis. Rund 37.000 Euro nach Förderung kostet der Ioniq 6. Damit ist er nicht wirklich teurer als zum Beispiel ein VW ID.3 oder ein Tesla Model 3. Was der Ioniq 6 sonst taugt und was seine Nachteile sind, erfahrt ihr im Test auf eFahrer.com.